hallo minecraft freunde mein name ist tetan teilp und willkommen zur sechsten aufnahme des minecraft skyblock let's place so gehen wir mal in die welt rein ich habe mir auch gerade mal schnell optifine reingeknallt weil ich halt ach ja es schneit ja ob die foundation ist mir gerade mal egal ich habe mir gedacht ich schalte mal optifine rein hat man nämlich so eine schöne aussicht aber die schneeflocken sehen schön aus ich hoffe mal es läuft alles ich habe mich nachher das läuft zu schnell das wollten wir eigentlich letzte folge machen ich weiß es nicht vielleicht mal meine alten folgen anschauen auf jeden fall schneid es mal wieder schön das ist ja toll packen einfach mal koppel ja und auch hier habe ich mal die textur ein wenig gefixt wobei die wasser textur eindeutig noch zu schnell ist naja schöne musik auf jeden fall naja was wollten wir hier eigentlich machen also da unten sind wir mit dem rumgekoppel eigentlich schon fertig ne also da drüben noch nicht das soll ja mehr oder weniger zentrales zentrale teil hier sein das da ja das sollte mehr oder wenn ich nicht in die mitte sein oder naja oder weiß noch nicht weiß nicht weiß nicht ach man muss man noch überlegen ähm schnee ist auf jeden fall schön äh ja was machen wir heute haben wir eigentlich noch irgendwas hinten öfen drin nein da haben wir nichts drin da haben wir auch nichts drin so ähm so alter 50 fps hier ich werde verrückt äh 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 was ist das für komisches ding das ist wahrscheinlich irgendwas ja das ist irgendwie ein komisches anzeigedingens kann ich glaube ich auch das kann man glaube ich in äh settings irgendwie ausschalten oder grafikeinstellung was denn performance smooth fps also das ist nur Stabilisierung ne brauche ich eigentlich nicht ähm außer das war glaube ich lagometer fertig ah brauche ich eigentlich ja nicht unbedingt oder wofür braucht man das ich weiß nicht also was haben wir denn 16 Kohle sollten wir eventuell mal ein wenig verwurschteln oder wobei wir haben noch die schönen Ziegel ähm ähm also dann hier einmal Holzkohle rein dann hier einmal ich glaube 8 oder so ja bestellen wir mal noch ein bisschen holzkohle hier machen wir da auch nochmal ähm ähm noch mal 8 rein noch mal 8 rein so äh tu mal das da rein so und basteln wir hier mal ein wenig weiter so ähm was wollte ich eigentlich heute machen was wollte ich eigentlich heute machen ähm schneide ich immer noch munter vor sich hin spät ist denn eigentlich ja da kann man die Clouds doch auch gerade mal umstellen Grafikeinstellungen ähm auch nie scheiße wollte ich doch gar nicht ne aus pfff oh 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 nicht gut gar nicht gut ha 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 oh 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 gut, gar nicht gut. Okay. 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 stimmt da jetzt nicht mehr, da hängt der Sound irgendwie hinterher. Verdammt. Och ne. Äh. Alter, was ist das für ein Riesenbaum? Ähm. Den kümmere ich mich aber gleich, wenn ich hier die Soundgeschichte wieder richtig gedreht habe. Das ist nämlich ein bisschen doof. Ich schnapp mir hier mal gerade noch die Kohle aus dem Ofen. So. So. Ähm. Bis gleich. Also, willkommen zurück, Minecraft-Freunde. Ich hoffe mal, ich hab das Problem wieder gefixt. Da waren wir nämlich Ja, der Sound ist wieder synchron. Und natürlich bekommen wir keine C2. Ja, klar. So. Ähm. Oh, es wird Nacht, oder? Ja, ich glaube, es wird Nacht. So. Rein damit. Ja, wir sollten vielleicht mal wieder was essen. Zwei mehr Lönchen. Kann ich ja mal verdrücken. Äh. Das tun wir mal da rein. Das da da rein. Das da nach da. Nach da. Verdrücken wir hier gerade mal zwei Melönchen. Melonenscheiben genau genommen. So. Ähm. Na ja. So. Ähm. Ich hoffe mal, jetzt kommen ein paar Monster raus. Ich hoffe mal, jetzt kommen ein paar Monster raus. Hm. Ach ja, klar. Natürlich. Monster. Kommt her, Zombies. Sehr schön. Kommt noch jemand. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Und Schneeverleihe jetzt auch aufgehört. Ja, der Mond geht auf. Und zieht er mich hinweg. Äh. Oh. Ist das da vorne, ist das ein? Reaper? Oder was ist das? Zuland ist die Sonne. Nice. There is no creepypum. oder doch das müsste Krippler 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 da wobei hier kann man die Ehren der Distanz etwas hochstellen ich hab die auf zwölf gestellt Prozent Naja also ähm irgendwie weiß ich heute nicht ne egal ich schlafe jetzt erstmal ich hab dann nachher ich mir den Baum umhacken und 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 dann nachher ich mir den Baum umhacken